Motivation, ja. Meine Daily Motivation ist auf jeden Fall, bei so einem Event wie hier bei Leonardo DiCaprio sein zu können. Das ist eine große Ehre. Danke Lamberts, danke Hermann Bibelka hier zum dritten Mal da gewesen zu sein. Das ist absolut Wahnsinn, wenn ich wieder getroffen habe. Irgendwie gibt es kippen dich zwischen den VIPs, zwischen den Meinungsrägern, weil hier ist jeder gleich und alle wollen was verändern, alle wollen was tun. Und ich bin einfach mehr als glücklich, dass ich wieder so viel positive Energie getankt habe und kann damit mein Umfeld in Deutschland anstecken, mein Umfeld anstecken in meinem Büro, mein Umfeld anstecken in meinem nächsten Kreis, den ich abhänge und hoffe damit, dass ich viele motiviere, einfach zu sagen, hey, lass uns ein bisschen die Welt verändern, weil es ist so kurz das Leben und ich glaube, wenn jeder mehr macht, haben wir alle ein bisschen das Leben. Also, lasst uns was tun und am 21.9. kannst du dabei sein. Ich nehme dich bei unserem Jubiläum vom Business Damit, connect und zelebriert in der Linkstrainer. Ja!